Hallihallo Hallöschen, schönen guten Abend liebe SambaTV-Freunde. Heute aus dem Büro, Feierabend im Bergandersheim. Wir haben sogar schon halb acht, also schon eine halbe Stunde zu. Ferti und Nächste noch hier. Heute kein Videodeal, Ferti ist hinter der Kamera, sondern wir haben eine Info oder eine Bitte oder eine Ansage oder was. Ein Aufruf. Ein Aufruf, mein Gott, ich kam nicht darauf. Zu wenig Kaffee heute so. Und zwar haben wir heute den Aufruf an euch. Am kommenden Samstag, diese Woche, also Freitag und Samstag, haben wir ja noch RTL im Haus. Wir drehen ja im Moment gerade die Wochenserie für RTL. Eine Woche, jeden Tag eine Episode bei RTL in sechs, sieben, acht Wochen. Wird das ausgestrahlt, geben wir noch bekannt. Freitag ist Fernsehen, Samstag auch. Am Samstag war das große Finale sozusagen und da gibt es einige Aktionen. Wir werden unten drunter ein paar Dinge posten und ein paar Gutscheine, beziehungsweise Coupons und unsere App dazu machen, die nochmal alle so aussagen. Wir suchen für unsere Pool-Challenge. Wer will einen Pool im Wert von 499 Euro gewinnen und 10, 15 weitere Pools für 66 Euro, für was weiß ich, alle möglichen Pools, kriegen die, die am Samstag hier um 10 Uhr vom Laden stehen, im Badehose, Bikini oder im verrückten Schwimmoutfit. In kompletter Tauchmontur oder im Schwimmhühnchen-Montur oder in FKK. Mir also egal. Die verrücktesten, die vor der Tür stehen, die kriegen irgendwas. Und da wird natürlich ausgelost durch Publikum, durch Applaus oder wie. Wer kriegt den 499 Euro Pool? Wer kriegt das? Irgendwie irgendwas kriegt jeder, der da bekloppt kommt, oder? Na klar. Nr. 1. Ja, genau. Nr. 2. Wenn du jemanden kennst, der richtig flink mit den Fingern ist, ein guter Schrauber ist, Grill-Zusammenbau-Challenge. Die wird auch stattfinden direkt danach, auch am Samstag. Komm hier vorbei, zeig den Coupon, sag ich will mitmachen, dann schraubst du gegen zwei anderen ein Grill unserer Wahl. Und zwar werden wir so einen einfachen Grill aus dem Verkauf nehmen, kriegt er vorgelegt, ohne Werkzeug zum Beispiel, zu unseren Bedingungen. Auf die Plätze weinen Schluss. Wer den schnellsten in den Grill zusammen hat, dass der steht, in Ordnung ist und man ihn benutzen kann, der gewinnt einen Grill für 399 Euro. UVP 399, so ein Riesengas-Grill von Campingas, made in Italy, was richtig Vernünftiges. Und die anderen gewinnen natürlich auch irgendwas. Gewinner sind sie immer alle. So was, Grill-Challenge. Willst du kostenlos einkaufen? Nr. 3. Musst du am Samstag hier sein. Coupon, ich will kostenlos einkaufen, blinde Kuh einkaufen. In zwei Minuten, verbundene Augen, dreimal im Kreis, du kriegst den Korb ab durch den Markt, irgendwo geht es lang. Alles, was ich in den Korb kriege, ist umsonst. Also wenn du am Samstag umsonst einkaufen willst und viele weitere Aktionen. Kommt vorbei, Samstag ist der 16. oder was ist er für den Tag? Ja. Mäuschen, Samstag, ab 10 Uhr. Kommt vorbei, viel Spaß. Ciao.